Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei Sleeping Dogs, der zweiten Session auf Twitch. Und los geht es. Jetzt ist da gerade aufgeploppt dieses Drogenrazzia, Überwachungssystem benutzen. Weiß ich nicht, was es ist. Ich wollte auf jeden Fall vielleicht nochmal gucken, dass wir, äh, nein. Ja, dass wir eventuell, äh, dieses komische Outfit wieder loswerden. So geil finde ich das dann auf Dauer doch nicht. Hier ein paar ordentliche Sneaker. Haben wir eine Uhr? Ne, doch, haben wir. Nachgemachte, ne, brauchen wir nicht. Äh, äh, schmuddelklamotten. Ja, eigene Outfits haben wir noch nicht, deswegen, so, aufi. So, was ist das denn jetzt hier? Überwachungsding, bla, Überwachungssystem benutzen. Äh, okay. Okay. Wir sollen ein Überwachungssystem benutzen. Wollen wir mal kurz. Also, Leute, ihr merkt schon, es ist eine Weile her. Ich weiß nichts mehr. Das steht mal fest. Was ist das hier? Ist das ein Überwachungssystem? Jo, dann werden wir doch da direkt mal hin. La, 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 la. Wie war das hier? Genau, hier war das hektische Rennen. Und direkt runter. Ups, das tut mir wirklich leid. Das war auch nicht beabsichtigt. Ja, wir nehmen direkt den Roller hier. Obwohl, halt, stopp, wir hatten doch... Daran erinnere ich mich. Wir hatten einen Moppet hier, um zu schieben. Genau so sieht es nämlich aus. Das nehmen wir mal rein. Ach so, ich wollte rauskriegen, wie ich denn... Nein. Ich wollte rauskriegen, wie ich... Äh, ich hatte das Sorge, dass das Radio nicht an ist. Wie geht das? Radio soll aus. Radio soll aus. Wie geht das Radio aus? Ist das Radio überhaupt irgendwie aus? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Soft, wie geht das? Wo ist aus? Mein Lieblingsradiosender in diesem Spiel heißt aus. Jetzt kriege ich nämlich jedes Mal wieder riesige Probleme, wenn ich das Zeug auf YouTube hochlade. Gut. Offensichtlich geht das hier nicht. Dann müssen wir doch mal kurz gucken, ob wir in den Optionen bei Audio die Radiolautstärke nullen. Na, perfekt. Das machen wir doch so. Tada! Ja, äh, singt halt einfach im Chat selber, wisst ihr Bescheid. Äh, nee. Ist die Mission schon wieder weg, ihr? Leute, ich krieg ne Krise. Was ist denn los hier? Da ist er wohl nicht wahr. Da. Da wollte der Mann hin. Ein Mann muss dorthin. Ein Mann fährt dorthin. Ein Mann ist dran vorbeigefahren. Ein Mann macht eine Absperrung kaputt. Ein Mann ist da. Ach, du Scheiße. Ich erinnere mich. Sag mal mal im Ernst, ist das nicht das? Wir fangen doch jetzt nicht mit der Mission an, die wir beim letzten Mal so hart verkackt haben. Wie war denn überhaupt die Steuerung? Ach, du Scheiße. Hauen? Ich glaube, Y war... Dinge tun? Ach, du Kacke. Ich weiß nichts mehr. Na gut. Ich denke mal, jetzt kriegen wir einmal richtig schön aufs Maul. So. Klicke, Aua. Ja, siehste. Geht schon mal gut los. Ne. Wie ist denn... Ich muss rauskriegen, wie Kontern ist. Sonst läuft hier gar nichts. Ja. 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 Okay, gut. Kauen wir erst mal den eine Weile. Können wir den auch wieder hochheben und einfach weiter. So. Nein. Können wir hier irgendwas cooles machen? Ja. Ey, das sah so aus, als würde da was gehen. Komm her. Komm her. Ja, wunderbar. Gut. So, ihr Laden ist heute leider geschlossen. Und auch. Ha. Direkt gekonnt das. Seht ihr, das ist wie... ...so bestimmte Sportarten oder irgendwas. Wenn du was ne Weile nicht gemacht hast, geht's auch einmal besser. Scheiße. Und so kommt da nicht so. Flouis, das Überwachungssystem ist in deinem Fernseher. Ah ja. Alles klar. Oh. Oh, Mann. Nice. Ein weiterer Gerät am Ding. Kacke. Ah, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. So ein... Ah. Dicke, Alter. Ich weiß noch, der hat beim letzten Mal auch so Probleme gemacht. Quatsch. Komm her. Auf. Was? Warum? Nein, 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 nein. Tritt. Oh Gott. Ich hab mich doch befreit. Alter, was? Alter. Es kann doch nicht wahr sein, dass diese eine verfickte Scheiß-Mission jedes Mal mein Untergang ist. Ey, sorry, aber die ist mein Kryptonit. Bevor diese Drecks-Mission nicht erledigt ist. Oh, kotzt mich das an. Was ist das hier überhaupt? Massagesalon. Ah ja, da war ja alles. Auch sehr Stereotyp. So. Ich brauche ein Auto. Anyone. Ja. Ja, zum Beispiel. Da, Motorrad. Ja, mit deinem Moppet. Danke. Tut mir leid. Polizeiarbeit. Nein, nein, nein. Warte, die... Ja, kann man dann so ein Hubs. Das war die Polizei, der wir gerade vorfahren bin. Die Schatten-Spurt-Polizei. Die spielen sogar Polizei. So, es tut mir leid. Ich gebe mir wirklich Mühe, diese Mission jetzt zu beenden. Vielleicht doch wieder ein bisschen taktisch die Gegend nutzen. Heißt, ein paar mehr Leute in die Telefonzelle prügeln. Und was nicht sonst noch alles möglich ist. Scheiße. Der Laden ist... Ah, nee, der ist wieder auf. Oder beziehungsweise... So. Komm her. Kommt her. So, direkt den ersten Mal greifen. Nee, 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 mein Freund. Tut mir leid. Tut mir leid. Und... Bats. So. Was ging noch so? Hier, Telefonzellen. Mitkommen. 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 Und... Greifen. Und... Ja, oder so. Greifen. Nein. Ja, Scheiße. Nein, 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 nein. Alter, ist das eine Scheiße? Dieser... Das ist echt jedes Mal der Dicke, der mir hier so noch Probleme macht. Das gibt's doch gar nicht. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Los, ey. So, haben wir. Das ist schon wieder der Dicke. Das machen wir nicht fertig. Also nicht rennen und dann einfach mal... Ja. Right in the fields. Was? So, oder? So, oder? Noch mal. Kriegen wir so auf den Dicken oder interessiert ihn das nicht? Oh, nein. Natürlich. Natürlich interessiert ihn das nicht. Scheiße. Das kommt mit dir, Alter. Rein da. BAM! So, du direkt hinterher. Los. So, wir müssen hier echt erstmal dezimieren. Oh, da ist der Dicke. Ah ja, hier ist noch ein Telefon-Telefon. Triff sich doch gut. Nein, nicht der. Nein. Ah, genau. Da lässt er natürlich auch los. Alter, nicht. Ja, Alter. Fick dich. Fick dich so hart. Fick dich. So unendlich hart. Das ist doch wohl nicht dein Scheißernst. Nicht dein Scheißer... Alter. So gut, die Toten sind immer noch tausend Leute. Ah. Jetzt kommt... Oh. Puh. Easy. Nein, Spaß. Schön, dass wir das... Schön, dass wir das auch gemacht haben. Kamera hacken wäre jetzt noch angesagt. Ja, da ist die Kamera. Wo ist der Olle... Wenn da die Kamera ist. Da, da, da. Da hoch. Da lang. Wo führt er denn diese Leitung hin? Da lang. Noch höher. Noch ein Stück. Da lang. Ach komm, ey. So. Wie war denn das? Ach ja, dieses komische Zahlenrätsel. 0, 1, 2, 3. So, die 1 ist an der falschen Position. Das heißt, hier vielleicht eine 1. Und die anderen sind alle falsch. Das heißt, 4, 5 und 6. 1 und 4 sind richtig. 7 und 8. Die 7 muss hier hin. Und dann ist das die 9. Ja, wunderbar. Und Überwachungssystem benutzen. Das Überwachungssystem. Das war das, was jetzt bei mir zu Hause war, oder was? Ist jetzt hier irgendwo so eine... Classy. Hallo, kann ich bei irgendjemandem von Ihnen etwas käuflich erwerben, was mir meine Gesundheit... Nein? Okay. Dann rauf aufs Moppet. Gut. Feier dich nicht so. So, schauen wir doch direkt mal auf die Map. Ist nicht irgendwo so was wie... Warte, ist das Gelbe hier? Nee. Krankenhäuserkosten. Ja. Egal. Warte, was ist das hier? Martial Arts Club North Point. Martial Arts Schule. Neuer Fall verfügbar. Ah, ja. Das, was ist das hier? Fahrzeugladen. Nee, interessiert mich alle verhältnismäßig wenig. Eventuell nochmal in den Martial Arts Club vorher ein Abstecher. Das werden wir doch direkt mal tun. Mal gucken, was da geht. Und danach holen wir uns den neuen Fall. So, wo geht's lang? Ah, ich hab schon wieder den Linksverkehr verlesen. Ah, was für Spaß. So, Martial Arts Club. Oh, right, oh, right, oh, right, oh, right. You want to fight? You look like you might survive a couple of days. Oh, right, oh, right, oh, right. Hallo, ich würde gerne Dinge tun. Hier empfinden. Ja, mal gucken, worauf wir uns da einlassen. Ja, Tag. Gut. Ja, das ging doch. Oh. Alles klar. Sowas wird das hier also. Na nü. Was hat er denn da gerade gemacht? Hoch. Komm hoch. Und. Quats. Ist er da schon, oder was? Ja, nice. Ah ja, alle guten Dinge sind drei. Hashtag drei auf einen Streich. Ach, Runde drei von sechs. Ach, du Scheiße. Upsi. So, jetzt noch ein Stück mitkommen. Wieder gegen die Wand. Dann bist du... Oh, 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 oh. Nicht aufgepasst. Ganz klarer Fall von Nicht-Aufbeziehung. Oh, yes. Quats. Ja, die tun muss es. Oh. Oh. Jetzt komm, halt, her. Bam. Bam. So. Fair, wie man als Polizist nun mal ist, tritt man halt hier am Boden liegen. Oh, nein. Oh, nein. In Panik. Sie ist unendlich. Da ist ein Dicker. Oh, Gott. Kann ich dich hier rüberschmeißen? Nee, wieso nicht? Kacke. Ist da irgendwo... Nein. Oh, der Dicke, Alter. Der haut mit seiner Fleischhaken, mit seinem Fleischhaken, holt der einmal aus und unterbricht jeden Wurf und jeden Ansatz von einer guten Idee und ist halt Grund... Alter. Wie die halt auch alles blocken. Oh, Jesus. Freundchen. So. Bam. Die uralte Paranoia des Menschen. Der Kampf gegen... körperlich stark. Ah. Bam. Huh. Oh, Kacke. Komm hoch. Alter. Hm? Äh, okay. Okay. Das sind ja doch ein paar. So, direkt bei dir. Einmalzeichen. Dein bester Freund heißt... dein bester Freund heißt... Rippe. Und Herr Rippe hat einen echt schlechten Tag heute. Alter. Er ist aus der Animation nicht in den Block gegangen, denn... ich konnte... So, sieht gut aus. Zack. Zack. Ja, komm schon. Sieht gut aus. Ja, haben wir. Wunderschön. Im Modus. Kacke. Das ist ein bisschen blutig, aber auch, dass dann irgendwann halt alle decken und so. Das ist echt grübel. Ach. So. Huh. Scheiße. Zwei dicke. Glaube ich. Oh, Kacke. Alter, jetzt mal im Ernst. Wie viele sind das? Die halt rüberspringen. Sauli. Was? Nein. Wollte ich gerade sagen. Schlag halt weiter, ey. Hört ja auf mit mir in der Kombo. Nee, 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 nee. Ja, genau. Dass der mich wirft, das fehlt mir noch. Nein! Wie kann der denn schon wieder... Okay, die dicken zu werfen sind absolut sinnlos. Kannst du halt komplett vergessen. Bam. Warum das bei den... Bei den Kleinen manchmal funktioniert. Dass man die halt dann sofort... Einfach... Der lässt sich auch von meiner Seite überhaupt nicht beeindrucken. Nice. So, hier. So. Oh, Kacke. Nein, 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 nein. Oh. Was, 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 was? Alter, der kann ich doch nicht schon wieder wirklich mit drei Schlägen gerade quasi ausgenommen haben. Und wo kommen die überhaupt her? Ihr habt alle gelegen. Genau wie du. Heilige Scheiße. Ja. Ja, hast du gedacht? Oh. Nein. Ja. 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 Wahrscheinlich. Das ist das beste, was du kannst tun. Ah, bei der Macht von Doro-Jesus. Und natürlich dem Internet-Gott-Inderator. Anruf von Tran. So, Fahrzeughändler könnte ich jetzt machen, will ich aber nicht. Wir hatten uns ja quasi darauf geeinigt. Wir besorgen uns erst den neuen Fall. Diesen hier. Und da fahren wir jetzt auch direkt hin. Was hat das aber eigentlich gehabt? Boah, so nasser Straße, Alter. Au, au, au. Ah. Wir haben uns doch um einen Millimeter vertan. Hey. Yay. Ah, warte. Ja, zauberte sich einen neuen Helm aus dem Arsch. Und tue ihn wieder dahin zurück, wo es richtig wehtut und die Sonne niemals scheint. So. Ihr schwere Güter. Oh Gott, die Schrennen fahren. Aber diese letzten paar Fälle fühlen nicht wie ein Mannslautern. Oh, bitte nicht rennen fahren. Jackie, wen muss ich anrufen, wenn es um Rennen geht? Ich brauche einen Rennblocker, Marcheis Street. Ace, große Du beim Rennzirkus. Ich sag ihm, du meldest dich. Rufen Sie Ace an. Ace. Ja, ich bin Wei. Wei Shen, bist du bereit für eine Rennung? Ja, sicher. So lange, dass du nicht verpasst, zu verlieren. So lange, dass du nicht verpasst, zu verlieren. Hallo, willkommen im Team. Ein Gesundheitsschrein. Brauche ich jetzt zwar nicht. Ist aber immer wieder schön. Stimmt. Dafür waren die ja. Dann brauche ich die doch. Okay. Was blinkt denn da, wie bekloppt? Ist das nach Zufall? Nee, weil die sind nicht. Dann muss ich da erstmal rauskriegen, was da dir ist. Guck mal, Tresor öffnen. Ah ja. Nice. Frisky Blockers. Blockers. Jetzt heißt es schnell losfahren, aber die Tür zufällt. Ja, angeklappt. Ein paar Donuts hier und dann geht ab. Was ist das hier eigentlich für eine Karre? Sieht aus wie so irgendwie so ein... Ja, die haben ja keine Originalautos im Spiel, aber das erinnert mich an so eine Art Kram an hier oder irgendwas. Boah, jetzt will ich die Karre nicht kaputt machen, bis wir da sind. Und ich kenne mich. Und Rennspiele. Das ist eine super Kombo. Nicht. So, da... wären wir auch schon. Ah ja. Toll. Wären Karren sehen natürlich alle weitaus cooler aus als meine. Außer die. Der hier. Drifter GT. Ja. Oder auch Subaru. Und natürlich starten wir ganz hinten. Alter, was? Ach was? Die sind alle schneller als ich. Das ist also leistungstechnisch wahrscheinlich einfach... Ach so, warte mal. Es ging doch irgendwie... Konnte man doch rammen. Da war doch was. Ach. Wie war'n das? Ah? Nee. Hast du mir gehofft? Ist die doch? Logischerweise nicht. Jetzt wäre ich wahrscheinlich nicht das hier ausgestiegen. Äh. Naja, ich hab's in der Fall nicht gemerkt. Schade. Oh Gott. Vielleicht weiß es ja irgendwer im Chat auf dem Xbox One Controller am PC oder generell, welche Taste nochmal fürs Rammen zuständig war. Obwohl es mir ja schon reichen würde, damit ich dann irgendwie hinten in die Achse kommen würde. Alter, dieser Typ. Yeah. Motivation. Durch Sandstorm. Oh, jetzt aber. Brauchen wir auch nicht rammen hier. Oh, jetzt sieht's ja gut aus. Karre ist ein bisschen kaputt, aber ansonsten top. Ja. Da sehe ich auch nicht... Soviel Handbremse sind hier auch nicht gut. Zh. Auch nicht für die Weifen, sag ich mal. Ja, kann man machen. Kann man machen. Alter, wie lang ist das? Das war mir schon ein Ende. Yo! Oh, Alter! Gut, Wunsch. Glücklich für dich, dass die Amars immer wieder in den Weg kamen. Oh, come on. Willst du einen Reimatch? Ja, sicher. Ich werde dich verabschieden. Wenn du bereit bist, lass mich wissen. Jeder weiß, dass ich der beste Fahrer in der Stadt. Jeder! Oh ja? Ich werde dich auch runternehmen, Hot Shot. Nur so, dass mein Auto verabschiedet wird. Ah ja. Kann ich die Karre eigentlich behalten? Erledigt. Straßenrennszene infiltriert. Nice-Haus. Ach, siehste. Und keine Scheiße gebaut. Also, eine gute Kopfstufe. Beschlagnahmter Rennwagen freigeschaltet. Geilo! Neue Rennen freigeschaltet. Hey, wait. Ich brauche Ihre Hilfe. Äh, okay. Ergo. Ergo. Was ist denn das jetzt hier alles? Das sind alles Drogenrassien. Das war jetzt nochmal das Symbol für den neuen Fall. Das war doch eigentlich kein Problem. Was ist denn kein Problem? Ach, das sind die... Das sind die Rennen jetzt, oder was? Rennen Startlinie. Ah ja, okay, alles klar. Hier sind also jetzt Rennen ohne Ende. Hier sind noch mehr Martial-Arts-Clubs. Äh... Ein Hahnkampf. Was ist das hier? Spielhölle. Außerhalb der Karte. Auch nett. Hier auch. Alles klar. Was machen wir denn jetzt? Oder lass mich raten. Muss noch irgendwas geladen werden oder so, bevor wir was machen können? Nö. Ups. Freut ich nicht. Bestes Timing. Guck mal da, auf der Karte sehe ich's doch. Auf der Karte ist doch... Mission Beweiskette. Ja, aber wo ist die? Da! Ah! Beweiskette. Alles klar. Dann nix wie los. Auch zur nächsten Mission. Und aufpassen, dass wir möglichst wenige von dem... von dem Passanten übern Haufen haben. Obwohl wir bei den Upgrades dann nochmal gucken müssen, Freunde. Für irgendwas waren ja diese Yakuza... Ne, sinds ja gar nicht Triadenfute. Triadenfute? Ja, das war ja. Waren die ja auch blut. Und ich befürchte fast, die waren für diese ganzen Dirty Fight-Techniken und so wichtig. Hä? Da geht's mal. Schaut mal. Schaut mal. So. Für sowas gehen dann keine Minuspunkte? Laterne und alles wieder, man? Nein. Ganz vorbildlich gerade. Vorwärts parken. So. Ach, sie. Schaut mal. Schaut mal. Und jetzt ist er weg und ich weiß nicht, was mit ihm zu tun. Charlie? Er ist einer von Dageis, oder? Ja, und du hast übergebracht, oder? Also in einer Weise ist die Schraube auch yours. Du hast es, nicht wahr? Klar, ich werde es. Das ist es? Das ist dein großes Problem. Ja, danke dir so viel, Wei. Ich wusste, ich war richtig, dich zu vertrauen. Keine Worte, Tiffany. Ich werde es vorschlagen. Danke, Mike. Der größte. Oh, Alter. Echt nicht.